95% der Altcoins sind fast bei All-Time-Lows. Wenn 95% der Altcoins bei All-Time-Lows sind, meine Lieber, warum ist dann hier die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen außer Bitcoin und Ethereum nicht komplett dort unten? Warum sind wir dann nicht komplett hier? Das waren die Bärenmarkt-Tiefpunkt-Bereiche. Warum befinden wir uns noch hier oben? Erklär mir das mal. Wenn 95% laut deiner Aussage schon fast in diesen Bereichen sind, müssten wir dann auch nicht mit der Altcoin-Market-Cap hier schon sein, irgendwo hier unten, genau dort, wo wir uns hier in den Tiefpunkten befunden haben? Das ist Quatsch, was du da erzählst. Viele Coins sind herabgesagt, aber die haben ihre Bärenmarkt-Tiefpunkt-Bereiche nicht unterschritten. Einige Coins haben das gemacht, aber wie gesagt, nur einige. Denn wenn das der Fall wäre, dann müssten wir hier mit der Altcoin-Market-Kapitalisierung wesentlich tiefer sein. Und zwar hier in den Regionen, wo wir uns in den Bärenmarkt-Tiefpunkt-Bereichen befunden haben. Und dem ist nicht so, wie du sehen kannst. Und Gott sei Dank ist dem nicht so. Darum, ich weiß zwar nicht, wo du hast, ob du alle 2,4 Millionen Kryptos durchgeguckt hast und geschaut hast, ob 95% dieser 2,4 Millionen jetzt ihre Bärenmarkt-Tiefpunkt-Bereiche erreicht haben. Weiß ich nicht, wie du darauf kommst, aber ich habe die 2,4 Millionen nicht durchgeguckt. Ich habe auch gar keine Zeit dafür, wenn ich mir die Marktkapitalisierung angucke und zwar ohne Ethereum und ohne Bitcoin, dann spricht das hier eine klare Sprache, mein Lieber. Ich weiß nicht, wie du wieder an solche Zahlen kommst. Wenn ihr aber noch davon überzeugt seid, dass der Boram weitergehen wird und einkaufen möchte, dann geht ihr über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitwabo, meine Lieben. Ihr habt hier eine der günstigsten Handelsgebühren der Welt von Maximum 0,25%, meine Lieben, mit einer starken Sicherheit und jetzt auch über Hype natürlich eine Barfin-Lizenz und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, den KYC durchführt, 10 Euro einzahlt, bekommt ihr 10 Euro geschenkt, meine Lieben.